In der Videoreihe AO macht bei Pro Änderungsvorschriften geht es heute im Teil 11 um den Paragraf 175.1 Nummer 2 der Abgabenordnung, das sogenannte Rückwirkende Ereignis. Im Teil 1 des Videos der Videoreihe sind wir zunächst eingegangen und haben die allgemeine Übersicht zu den Änderungsvorschriften bestimmt. Das war diese Übersicht hier, wo es ja darum ging, dass beispielsweise dieser Blumenstrauß an Änderungsvorschriften nur zeitlich greifen kann zwischen Bekanntgabe des Steuerbescheids und dem Ablauf der Festsetzungsverjährungsfrist. In diesem Rahmen können diese Änderungsvorschriften greifen. Dann sind wir vom 164 Absatz 2 AO im Teil 2 durchgewandert bis zum Teil 10, das war das letzte Video, wo wir die Änderung wegen eines Grundlagenbescheids thematisiert hatten, also dem Paragraf 175.1 Nummer 1. Heute jetzt der 175.1 Nummer 2 und dann in den Folgevideos in den nächsten beiden Teilen dann haben wir noch den 175b und den 177. Genau. Gucken wir uns erstmal die Vorschrift allgemein an. Wenn Sie das Thema überhaupt allgemein interessiert, wir werden uns jetzt hier erstmal das Gesetz angucken zum 175. Dann werden wir uns einen konkreten Fall angucken zu anschaffungsnahen Herstellungskosten, den auch einkommenssteuerlich betrachten im Detail. Also im Grunde Einkommenssteuer 100, anschaffungsnahe Herstellungskosten, Paragraf 6.1 Nummer 1 A STG meets 175.1 Nummer 2 der Abgabenordnung. So könnte man es im Grunde umschreiben. An diesem Fall werden wir uns dann den 175 erarbeiten, 1 Nummer 2. Und dann werde ich am Ende noch in den Anwendungserlass zur AO zu Paragraf 175 gehen, denn unter dort Nummer 2, da finden Sie ganz, ganz viele Beispiele noch, um eine konkrete Vorstellung dafür zu kriegen, was ist überhaupt ein rückwirkendes Ereignis. Das Skript zu dem Video ist unter der Videobeschreibung für Sie zum Download umsonst zur Verfügung gestellt. Können Sie sich auch gerne runterladen. Dann mal hineingetanzt ins Geschehen. Und zwar zunächst erstmal vielleicht die Gesetzesvorschrift allgemein. Da haben wir ja zunächst den Paragraf 175. Absatz 1 Nummer 2. Ein Steuerbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern. Satz 1, jetzt Nummer 2. Soweit ein Ereignis eintritt, das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit hat. Nämlich rückwirkendes Ereignis. Dann haben Sie hier im Satz 2 hier unten noch so eine extra, so eine gesonderte Festsetzungsverjährungsfrist, die halt mal nicht als Ablaufhemmung im 171-Auge steht. Geben wir heute aber nicht näher darauf ein. Und dann haben wir noch den Absatz 2. Das war erstmal der Paragraf allgemein. Dann gucken wir uns diesen Paragraf so ein bisschen aufgestückelt an. So ein bisschen für Sie aufbereitet. Da haben wir zunächst auch erstmal Ereignis nachträglich eintritt. Eintritt, deutsche Sprache, schwere Sprache. Das steuerliche Wirkung für die Vergangenheit hat. Stegwörter rückwirkend. Dann hier dieses Spezial-Ablaufhemmungs-Ding, was mal nicht im 171-Auge steht. Und dann haben wir hier noch den Absatz 2 mit so ein paar Extras, was ich jetzt erstmal nicht hervorheben möchte. Wenn man das in Tatbestandsmerkmale aufteilt, haben wir zunächst erstmal das TBM-Ereignis. Jede juristische und tatsächlich, jeder juristische und tatsächliche Umstand, welcher sich nach dem jeweiligen relevanten Steuerparagrafen auf die Steuer dem Grunde nach und der Höhe nach auswirkt. Okay. Nachträgliches eintreten. Wann ist das der Fall? Das kann man hier am besten hier klar machen. Das muss geschehen nach der Entstehung des Steueranspruchs und nach dem Erlass des Steuerbescheids. Oder gegebenenfalls des zuletzt erlassenen Änderungsbescheids. Danach muss es eingetreten sein. Ich sage mal, das ist hier eher die konkrete Umschreibung, die in eher eine konkretere. Das hier ist ja sehr, sehr abstrakt abgehoben. Damit kann man eher was anfangen. Wann haben wir eine steuerliche Rückwirkung? Das Ereignis muss steuerlich bezüglich der Vergangenheit seine Folgen haben. Eine derartige Rückwirkung wird ausschließlich durch materiell einschlägige Steuervorschriften oder hier Steuervorschrift festgelegt. Und das liegt vor allem vor, wenn die Besteuerung nach dem maßgeblichen Einzelsteuergesetz nicht an Lebensvorgänge, sondern unmittelbar oder mittelbar an Rechtsgeschäfte, Rechtsverhältnisse oder Verwaltungsakte anknüpft und die Umstände nachträglich mit Wirkung für die Vergangenheit gestaltet werden. Finden Sie auch im AE AO, also Anwendungserlass zur AO zu 175 Nummer 2.2. Denn im AO-Anwendungserlass finden Sie Erläuterungen zum 175 erstmal allgemein. Eins Punkt hatten wir ja bereits kennengelernt beim 175.1 Nummer 1, wenn wir ändern wegen eines Grundlagenbescheids. Und hier ab zwei Punkt, da haben Sie ganz, ganz viele Erläuterungen zu Stichwort rückwirkendem Ereignis. Was Sie sich im Grunde auch in Ruhe angucken und mal ruhig durchlesen sollten. Genau. Dann haben wir das hier noch mit der nachträglichen Vorlage oder Ausstellung einer Bescheinigung, dass das kein rückwirkendes Ereignis ist, auch nochmal stehen. Jetzt gucken wir uns den Sachverhalt an. Und den Sachverhalt trage ich Ihnen erstmal vor. Sie können ja den Sachverhalt erstmal selbst lesen, gucken sich die Falllösung noch nicht an, lösen das erstmal für sich selbst, ob da der 175 anwendbar ist, vielleicht auch diese einkommenssteuerliche Problematik sich nochmal klar zu machen. Und dann machen Sie jetzt einen Cut, lösen Sie es selbst und lösen Sie hier diesen Sachverhalt. Also jetzt auf Pause drücken. Und jetzt würde ich das ganze Ding erstmal vortragen als Fall. Und dann auflösen. Zum Sachverhalt. Die Frage erstmal erläutern Sie die ertragssteuerlichen und verfahrensrechtlichen Auswirkungen der Erhaltungsaufwendung zur Modernisierung für 01 und das Jahr 02. Wir bedanken uns aber, oder bedenken uns jetzt, wir sind in 2023, deswegen würde ich diesen Rechtsstand zugrunde legen. Der steuerpflichtige Franz Frischfleisch hat mit Kaufvertrag vom 15. Januar 01 ein Mehrfamilienhaus für eine Million gekauft. Betrag für das Gebäude 10 Wohneinheiten und auf Grund und Boden im Fallen 300.000. Aber die eine Million ist ja dann relevant zunächst erstmal als Anschaffungskostengröße für die Abschreibung. Übergang nutzen und Lasten 1. Februar 01. Das Datum ist wichtig. Ab dem Datum wird dann die Abschreibung laufen. Also 11.12 nach 7.1 Satz 4, weil wir den Monat Januar haben, der der Anschaffung vorangeht. Die Eintragung im Grundbuch ist egal. Wir vermieten zu Wohnzwecken. Das heißt schon mal, wenn wir Umsatzsteuer hätten, dass wir die nicht als Vorsteuer ziehen können, nach 15.2 Nr. 1 USTG, weil wir ja steuerfreie Ausgangsumsätze hätten. Denn Wohnungsvermietung ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei nach 4 Nr. 12a Umsatzsteuergesetz. Option ist bei Wohnzwecken nicht möglich. 9.1 USTG würde die Option kaputt machen. Und damit hätten wir keinen Vorsteuerabzug nach 15.2 Nr. 1 USTG, weil wir im Zusammenhang mit steuerbefreiten Ausgangsumsätzen. Also Bruttobetrag nach 9.1 ESTG Umkehrschluss inklusive Umsatzsteuer. Im Jahr 01 haben wir jetzt sogenannte Erhaltungsaufwendungen zur Modernisierung. 90.000 Netto, Umsatzsteuer obendrauf. In 02 das gleiche Spiel nochmal, 100.000 und dann plus auch 19% Umsatzsteuer, auch wenn das jetzt hier mit 19% fehlt. Was noch als Information wichtig ist, die Erhaltungsaufwendungen erfüllen nicht das Kriterium von Herstellungskosten. Das heißt, da wird nichts zusätzliches hergestellt oder auch diese über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung, die im 255 Absatz 2 auch umschrieben wird, liegt auch nicht vor. Vielleicht, weil man zum Beispiel nur zwei, es gibt ja diese vier Komponenten und wenn man in drei Komponenten von einfach auf mittel oder von mittel auf gehobenen Standard geht, dann hätten wir ja Herstellungskosten. Dann wäre das erfüllt, haben wir hier aber jetzt nicht. Das sagt diese Formulierung. Und dann haben wir hier noch eine Formulierung, dass diese Sachen nicht üblicherweise jährlich anfallen. Das ist auch gleich wichtig. Ja, und der Bescheid, als in 02 diese Kosten anfallen, ist der Einkommenssteuerbescheid für 01 bestandskräftig und der steht weder unterm Vorbehalten noch ist er vorläufig. Und jetzt gucken wir uns mal an, was erstmal einkommenssteuerlich passiert und dann wie irgendwie vielleicht der 175 Absatz 1 Nummer 2 greifen könnte. Zunächst können wir erstmal sagen, unser Herr Frischleisch hat Einkünfte aus §21. Also Einnahmen minus Werbungskosten, §9. Jetzt wollen wir mal in die Werbungskosten reingehen. Da haben wir zunächst die Erhaltungsaufwendung. Nach 9 Absatz 1 Satz 1 Einkommenssteuergesetz würde man die ja zur Runde legen. Und da ist zu überprüfen, ob die vielleicht in die anschaffungsnahen Herstellungskosten fallen. Was ist denn das für ein Paragraf im Einkommenssteuergesetz? Das ist der Paragraf 6, 1 Nummer 1a. Absatz 1 Nummer 1a. Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für Instandsetzung und Modernisierung, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen netto, also die Umsatzsteuer betrachten wir nicht, 15% der Anschaffungskosten des Gebäudes überschreiten, übersteigen. Und wenn das der Fall ist, dann kommen die Kosten mit in die Bemessungsgrundlage der Abschreibung rein. Wenn sie drunter liegen, sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen. So, was nicht dazu gehört, sind Aufwendungen für Erweiterungen im Sinne von 255.2. Haben wir nicht. Und wir hatten auch gerade gelesen, die fallen nicht über üblicherweise jährlich an. So, das waren erstmal die Voraussetzungen 6, 1 Nummer 1a. Wir müssen diese 15% Grenze überprüfen, weil wir haben ja nur Jahr 1, Jahr 2. Innerhalb von drei Jahren befinden wir uns, was den Zeitraum angeht. So, im Jahr 01 haben wir ja 90.000. So, der 15% von 1 Million sind 150.000. 90.000 ist kleiner, also wird in 01, 6, 1 Nummer 1a nicht angewendet. Und deswegen werden im Jahr 01 der Bruttobetrag, nämlich 107.100 Euro als sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen, Werbungskosten abgezogen. Die AFA wird jetzt folgendermaßen berechnet. Und zwar steht in § 9, 1 Satz 3 Nummer 7 EStG. Gehen wir mal rein. dass die AFA-Regelungen hier auch anzuwenden sind. So, jetzt müssen wir natürlich uns die Frage stellen, welche Abschreibung wir haben. Wir haben ja gekauft, 7 Absatz 4. Jetzt sehen Sie hier auch diesen neuen, 7 Absatz 4 Nummer 2. Nummer 3 kann ja nicht relevant sein, weil wir kein Betriebsvermögen haben. Wir sind ja bei Vermietung und Verpachtung einer Überschusseinkunftsart im Privatvermögen. Also kann es nur die Nummer 2 mit A, B oder C sein. Wir gucken also im Sachverhalt, welches Baujahr wir haben. Baujahr nur seit 2024. Und damit sind wir hier im Buchstaben C mit 2,5%. A hier ist ganz neu eingeführt worden mit 3%. Und das ursprüngliche A und das ursprüngliche B sind an B und C gerückt. Also Abschreibung nach 7 Absatz 4 Nummer 2 C. 2,5%. Von einer Million und dann noch 11 Zwölftel, weil wir ja Übergang, Nutzen und Lasten im Februar hatten. Das haben wir auch hier. Eine Million. Keine Umsatzsteuer, weil wenn wir ein Grundstück kaufen, ist das ja mit Grund der Erwerbsteuer belastet, also umsatzsteuerfrei. Und aufs Gebäude empfiehlt hier eine Million mal 2,5%. Nach 7 Absatz 4 Nummer 2 C, den haben wir ja hier stehen. Und dann noch die 11 Zwölftel. Und dann sind das 22.917 Euro, die wir hier als AFA-Betrag ansetzen. Ja, das mache ich jetzt erstmal hier wieder frei. Und jetzt sind wir ein Jahr später. Dieser Bescheid ist bestandskräftig. Ein Jahr später fallen ja im Sachverhalt wieder die, jetzt gehen wir nochmal zurück, weitere 100.000 Euro an. Plus Umsatzsteuer. Also plus 19% plus 19.000. Jetzt müssen wir wieder den 6.1 Nummer 1 A prüfen. Mit allen Werten zusammen. Wir hatten einmal die, und zwar wir nehmen jetzt den Betrag ohne Umsatzsteuer. Das waren einmal die 90.000 aus 0,1 plus die 100.000 netto aus 0,2 in der Summe 190.000. Und jetzt überschreiten wir die 15%. Das hat also zur Konsequenz, 6.1 Nummer 1 A ist anzuwenden. Und der würde jetzt auch rückwirkend gelten. Jetzt ist die Frage, greift jetzt hier der 175.1 Nummer 2? Und das prüfe ich jetzt hier unten. Gehen wir mal die Tatbestandsmerkmale durch. Wir brauchen wieder ein Ereignis, nämlich wieder jeder juristische und tatsächliche Umstand, welcher sich nach dem jeweilig relevanten Paragrafen auf die Steuer im Grunde und der Höhe nach auswirkt. Und jetzt haben wir hier den tatsächlichen Umstand der Erhaltungsaufwendung in Höhe von Brutto 119.000 und 107.100. Das ist der tatsächliche Umstand der Erhaltungsaufwendung. Netto natürlich dann die 90.000 und die 100.000. So, nachträgliches Eintreten des Ereignisses. Ja, die Änderung des Steuerbescheids nach 175.1 Nummer 2 ist nur zulässig, wenn wir so ein Ereignis haben. Und der Eintritt der 15 Prozent, ist das so ein Ereignis, was Rückwirkung hat? Jetzt gehe ich mal mit Ihnen in den Anwendungserlass. In den Anwendungserlass. Da gehen wir mal rein. Und jetzt tauchen hier unten lauter Beispiele auf. Und gleich an zweiter Stelle finden Sie Beispiele für rückwirkende Ereignisse. 6.1 Nummer 1.1 wird nachträglich die 15-Prozent-Grenze überschritten. So stellt dieses ein rückwirkendes Ereignis dar. Damit haben wir die Antwort auf unseren Sachverhalt. Wir haben ein rückwirkendes Ereignis. Hat es eine steuerliche Rückwirkung? Ja, wenn ich die Grenze überschreite, bedeutet das, dass sich auch das Jahr 0.1 rückwirkend verändern muss. Und der Bescheid für 0.1 ist ja auch bereits entstanden. Und die Steuer ist bereits bestandskräftig. Der Bescheid ist ja gegeben. Rechtsfolge ist, ich kann den 175.1 Nummer 2 hier habe ich anzuwenden für das Jahr 0.1. Und ich ändere das Jahr 0.1 ab. Es ist nicht mehr so wie hier, sondern jetzt wird der Bescheid neu festgestellt. Zunächst das Jahr 0.1. Die Erhaltungsaufwendungen sind nun anschaffungsnahe Herstellungskosten. Nicht sofort abzugsfähig. Und die Umsatzsteuer gehört mit zur AFA-Bemessungsgrundlage nach 9b.1 E-StG Umkehrschluss. Denn wir können ja die Vorsteuer nicht ziehen. Das verbietet uns 15.2 Nummer 1 U-StG, weil wir halt steuerfreie Ausgangsumsätze haben. Stichwort 4 Nummer 12a. Und Option ist nicht möglich. 9.1. Weil wir ja an Nichtunternehmer vermieten. Oder nicht für dessen Unternehmen. So, das heißt, neue AFA-Bemessungsgrundlage in 0.1 1 Million, die 107.100, der Bruttobetrag, 90.000 plus die 19% kommt oben drauf. Davon dann die 2,5% und 11 Zwölftel. 25.372. Die sofort abzugsfähigen, die sofort abzugsfähigen, Erhaltungsaufwendungen fallen weg. Das heißt, jetzt würde eine neue Steuerfestsetzung erfolgen und der Steuerpflichtige hätte jetzt hier natürlich eine Menge an Geld zurückzubezahlen, weil er zu viel vorher gekriegt hatte. Dann das Jahr 02. Wir nehmen die historischen, die AFA-Bemessungsgrundlage aus 0.1, packen jetzt die 119.000 brutto rauf, dann neu 1.226.100. mal 2,5%, neue AFA-30653. Ja, und das war das konkrete Beispiel für ein rückwirkendes Ereignis nach 175.1 Nummer 2 und jetzt gucken wir mal, was es noch für weitere Beispiele gibt. Dafür widmen wir uns einen Blick in den Anwendungserlass zur AO und dann finden Sie unter 2.4 diese ganz konkreten Beispiele, nämlich hier zum Beispiel der 4.2 Satz 1 oder bei 6b Rücklage. Dann gegebenenfalls § 10 folgende Erstattung von Sonderausgaben in einem späteren Veranlagungszeitraum. § 10.1a Nummer 1, da geht es ja um Unterhalt an Ex. § 14a Absatz 4, § 16.1 Satz 1 Nummer 1, können Sie sich mal angucken, oder Nummer 2 zu § 17, zu § 22 Nummer 1 Satz 3 und so weiter, das können Sie ja in Ruhe studieren. Dann zur Umsatzsteuer gibt es Beispiele, zur Investitionszulage, zur Erbschaftssteuer, zum Beispiel, wenn man diesen Zeitraum von genau 10 Jahren überschreitet, zur Grunderwerbsteuer haben wir hier bestimmte Tatbestände. Ja. Ich gehe jetzt mit Ihnen die Beispiele nicht im Detail durch, weil das einfach zu langatmig wäre, aber die können Sie ja in Ruhe studieren. Und dann noch so ein Beispiel, vielleicht im Gesetz, wo es auch noch rückwirkendes Ereignis geben kann. Ich gehe mal ins Einkommenssteuergesetz mit Ihnen. Und zwar als Beispiel, ich gehe mal in den § 6 rein. Und zwar der § 6 Absatz 3. Wo haben wir denn? 6 Absatz 3. Lange Geschichte. Und da geht es ja um, wenn ein Betrieb, ein Teilbetrieb oder der Anteil eines Mitunternehmers unentgeltlich übertragen wird. So erfolgt das ja zu Buchwerten. Und dann gibt es ja hier bestimmte Fälle, wo man dann so eine Frist zu wahren hat. Das ist nämlich hier der Fall. Genau. Sofern der Rechtsnachfolger den übernommenen Mitunternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nicht veräußert oder aufgibt. Und wenn er das tut, dann hätten wir beispielsweise auch ein rückwirkendes Ereignis. Das ist so ein Beispiel. Das gibt es auch dann. Dann gibt es noch weitere Beispiele im Umwandlungssteuergesetz und, und, und. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie gerne das Video, abonnieren Sie diesen Kanal und es folgt noch ein Video zu, gucken wir noch mal, wie war es. Es folgt noch ein Video zu hier 175b und zum 177. Ich bedanke mich für Ihre...